Dämonen zum Eingriff aus Mercy Stand, oder? Es ist Zahltag. Meinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, das macht quasi fast gar nichts, gell. Ich denke mir auch lieber durch die Dämonen, als das hier die Allianz. Oh, das ist so. Lachen, die ja allesOS, in der hat die Flammen. Beide sind in den Dungeon eingedrungen. Das war's. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Also wenn die keinen Altar der Wiederbelebung hätte, die wäre ja relativ aufgeschmissen. Deswegen ist der da hinten noch. Wir gehen jetzt gerade mal ein bisschen die Karte erkunden. Hier muss es ja noch irgendwo Ding geben. Danke. Danke. Dankbarerweise kommt die Karte in den Fall zurück. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Auf der anderen Seite stehen die Immunen. Okay. Da ist noch der scheiß Baum da. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. wir haben jetzt wenigstens mal halbwegs platzsparend gebaut die müssen jetzt einmal außenrum das passt die dämonen haben die steine des schicksals erobert wir müssen sie zurückgewinnen feinde sind in den dungeon eingedrungen es sind feinde in eurem dungeon ein weiteres mal machte sich der champion des chaotischen bösen auf den weg steinen des schicksals und wieder erstand meldi sand in alter frische aus dem reinigenden feuer ihres altars das verderbende böse schwor sich die horde hatte die steine des schicksals erobert bald würde sie mit dem ritual beginnen das chaotische böse und seine dämonen begann das ritual erneut es durfte keinesfalls vollständig durchgeführt werden das chaotische böse hat nicht lange halten gegen die horde das chaotische böse hat nicht ohne so wie ja Ja. das Das ultimative Böse entsandte ein weiteres Mal seinen Champion zur Ritualstätte. Abermals stand die hohe Priesterin Melthysand an den Steinen des Schicksals und weite sie ihrem Feuergott. Die Allianz hat die Steine des Schicksals eingenommen. Jetzt haben wir wieder fast alles drin, oder? Oh man, man. und und mal eben und 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 das es nein wir sind in den 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 noch erforschen dann schon eingedrungen die scheiß horde kommt immer mit ihre portale da warum könnt ihr nicht auch der eingang benutzen die andere auch und gong oder war die ganze auf einem haufen so 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 da war die allianz wieder klungen da war die Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 da ist nur mal einer Ja, du. Du, du, du. Water Slither. Du, du, du. Du, 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 du. Und du, du, du. Ich muss mal melden sehen. Oder schaffen wir es jetzt in einer Quick Run? Der Mond zieht sich gerade zurück. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jetzt setzen sie zum Angriff an. Ah, Leute, ich will mich nicht... Die Horde macht auch gerade einen Ausfall. Ich glaub's ja nicht. Da ist die Horde wegen der Hilfe zu mir wieder rein. Da ist die Horde, die Dämonen und Melchene Fans. Da ist die Horde, die Dämonen. Die Dämonen zieht sich halt lieber auf die Horde anstatt er schmelzen den Verriff zu machen, weißt? Die Dämonen. Die Dämonen. Die Dämonen. Die Dämonen. Die Dämonen. Da ist die Dämonen. So leicht werdet ihr mich nicht los. Ich komme wieder. Also jetzt? Kann ich das Ding beginnen? Das Ritual begann. Barthas stand bereit, all das Böse in sich aufzunehmen. Und in einer schwarzen Woge aus Wut schwappte das verderbende, chaotische, ultimative Böse in ihn hinein und durch ihn hindurch. Nun war es nur noch eine Frage der Zeit. Das Ritual würde etwas Zeit in Anspruch nehmen. In dieser Zeit war Barthas quasi schutzlos und konnte sich nicht wehren. Er würde das hirnlose Heer zur Verteidigung brauchen. Mit einer lästigen Handbewegung setzt das clevere Böse die Verteidiger in Bewegung. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Bald ist es soweit. Ich kann es kaum... Wenn das Ritual in den Steinen schickt, dann müsst ihr Barthas mit ihnen reagieren lassen. Weil Barthas war ja okay. Das war irgendwie logisch. Die blöden Dämonen haben natürlich wieder Ding. Die Stadt Neid erfüllt und voller Hass hatten das ultimative und das chaotische Böse die Erfolge des hirnlosen Heers beobachtet. Nun begehrten sie auf und beanspruchten die Führung für sich. Und hinterlistig wie sie waren, fielen sie den armen Untoten in den Rücken. Sie öffneten Zugänge in den Thronsaal ihres Dungeons, sodass Orks und Dämonen Seite an Seite mit den Menschen... Okay, das machen die ja wirklich. Schnell, blockiert die Zugänge! Schützt euren Thronsaal! Die Frage ist jetzt nur, habe ich jetzt genau so eine gute Stelle erwischt mit 10 Minuten Zeit, dass ich alle wieder in den Dungeon zurückziehen kann? Alter... Wollten wir doch jetzt verarschen, oder? Das ist meine Maus, das ist meine Maus. Und greife mich an! Du verteidigst mich! Schützt das Ritual! Ja, das haben wir dann Zeit. Es sind Feinde in eurem Dungeon! Ich habe gerade nichts Neues, aber jetzt muss ich zuerst meinen Dungeon verteidigen. Ende! Die Stunde rückt näher! Und nach wie vor standen die Steine des Schicksals. Zeit für einen zweiten Versuch. Ja. Ja. Ja, darauf werden wir es hinauslassen müssen. Da kann ich jetzt doch den Eingang aus. Wir sind in den Dungeon eingedrungen. Die Dämonen des Chaotischen. Also du kriegst ja hier echt gar keine Dinge mehr. Ich habe schon gehofft, vielleicht hätten wir gerade so ein gutes Ding. Alter, weißt du? Nein, nicht nur das Ding, weißt du? Oh, großer Feuergott! Weihe diesen Ort und vertreibe das Böse! Ein weiteres Mal machte sich der... Die Allianz hat die Steine des Schicksals eingenommen. Und jetzt habe ich hier nicht hinten rum durchgebracht, da habe ich mich hinten rum durchgebracht. Jawohl. Bei dem hier werden wir es halt genauso machen. Weißt aber halt dummerweise, ich muss... Und jetzt einen Tick aus dem Wasser aus dem Wasser und Dive geist. So ist es irgendwie weitergebracht, weil ich dich in der Innenstadt standiereise. Ich muss Leute, ich muss mich nicht mehr anziehen, wenn ich dort, bin ich auch nicht mehr. Ok, wenn du da bist, dann bin ich weg. Ich muss mich nicht mehr, da ist nur das Ding, aber ich muss nicht mehr oder so. Ich kann mir das auch nicht mehr übernehmen, weil ich dich nicht mehr so für. Ich muss dann, dass ich mich nicht mehr, wenn ich alles mal wieder € 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4. So mache mich einen Tick. Ich muss mich nicht mehr so Okay. Okay. So müssten wir den Tunnel außenrum gegraben haben, dass die Schalltag nicht mehr hier bei uns reinkommen. Nicht gerade optimös, aber es sollte... Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Dafür müssen wir jetzt das Bad noch ein bisschen weiter... Wo wollt ihr hin? Ich hab natürlich ein Ding übersehen. Es sind Feinde in eurem Dungeon! Hm. Ich hab natürlich ein Ding übersehen. Das war's. Das war's. Der Käse geht irgendwie auf. Das war's. 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 Das ist mal irgendwo in die Offensive. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Gut. Das war's. 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 Das Fazit. Das macht mich nur noch wütender. Der Feuergott. Wird euch verrichten. Das Verderbende Böe. Totgeschlagene Leben länger. Oder so ähnlich. Das Verderbende Böse. Als Barthas erneut mit dem Ritual begann. Dann schob es diesen Gedanken beiseite. Und widmete sich voll und ganz seinem Schutz. Wir warten jetzt einfach hier die 9 Minuten noch ab mit den Truppen hier bei ihm, weil die Dämonien ja vorerst ausgenutzt sind. Sofern sie blöd genug waren, sich nah genug an die Steine heranzutrauen. Schon bald werden meine Träume in Erfüllung gehen. Aber klar, jetzt kommen wir wieder hin. Ja, das haben wir doch gerade eben schon. Oh. So, das waren eure Heiler. Ich werde angegriffen, vernichtet die Dämonen, vernichtet die Horde, verdammt. Hey. Das war nicht ganz lange, weil die haben jetzt so ziemlich den Gebiest. Die sind in den Dungeon eingedrungen. Hier gibt es ein Nachteil, dass die Untoten sich nicht halten können. So, da kommen wieder Allianz. Wofür eigentlich davor stürmen? Wofür habe ich denn diese Scheißhallen da alle gebaut? So, da kommen wieder Horde, weil Dämonen gibt es ja nicht. Da kommt wohl auch wieder hin. Die blöden und Inni. Da trajst nicht auch wieder genau den Brennanièrement Anführungsz億 bet changeladen. Ich werde nochmal alles mit Bandoras Kupfer voll klatschen, damit auch jeder weiß, wie er lang geht, was er davon hat. Hilfe! Ich werde angegriffen! Ah, nicht schon wieder. Und ich habe keine Jungs mehr da. Ah! Mein Plan wird sich bald erfüllen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich bin leider nicht. Ich bin leider nicht. Ich bin leider nicht. Die Steine des Schicksals sind an die Horde gefallen. Mit der Zeit entwickelte das todestrunkene Böse eine morbide Freude daran, Barthas wieder und wieder mit seinem Ritual scheitern zu lassen. In seinem wurmlöchrigen Schädel war noch nicht angekommen, dass es sich damit nur selbst schadete. Ja, also als nächstes müssen wir erst noch Horde ausstalten. Das ultimative Böse entsandte ein weiteres Mal seinen Champion zur Ritualstätte. Die Sankt begann erneut damit, die Steine des Schicksals zu weihen. Das musste um jeden Preis verhindert werden. Die Allianz hat die Steine des Schicksals eingenommen. So, jetzt gucken wir, ob wir die Winkel einkriegen. Die Horde. Oh, da ist schon der Thronsaal von der Horde. Die Untoten hatten den Thronsaal des Horde-Dungeons erreicht. Dessen Zerstörung würde das ultimative Böse ein für alle Mal auf seinen Platz verweisen. Das ultimative Böse war geschlagen. Nach der Zerstörung seines Thronsaals würden sich weder Orcs noch Goblins mehr in das Ultual einmischen, sondern den verbergenden Bösen in die Vorderklasse. In einem gespenstisch stummen Zug verließ das Hirnlose den Dungeon und wandte sich der nächsten Herausforderung zu. Ja, alles klar. Dann haben wir jetzt keine Probleme mehr. Außer Böse. Außer Böse. Gerade ein ziemlicher Mann Stärke. Ja, alles klar. Das sollte zuerst das Privatscheln. 5 Minuten, 1 Minuten. Oh, nein! 1 Minuten, 1 Minuten. 2 Minuten – 1 Minuten bis 0. 1 Minuten bis 0. ich mach hier mal einmal durch unser Ding, dass die hier wieder Ruhe haben warten wir bis die in Schlagweide sind aber jetzt kommt die Allianz die 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 zerstörung ausgehen die alle angreifer vernichten konnte sofern sie blöd genug waren sich nahe genug an die steine heranzutrauen ich weiß noch nicht ganz warum sie hier oben nicht mehr arbeiten das ist zwar nicht mehr aber ich mach es trotzdem mal nur vorsichtshalber schon bald werden meine träume in erfüllung gehen das gleiche das gleiche das gleiche ich bin sicher warum die lieber hier unten arbeiten als da oben aber auch geht von mir aus die die lauter mal die was die 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 da hinten noch muss das ja mit einem Baden fertig werden oder im feuer wer hätte das gedacht schauze schauze Okay. Okay. Oh! Oh, wenn ich einstehe, dann habe ich das Bote. Oh! Wunder Schützungen! Es sind Feinde in Eurem Dungeon. Ich bin auf eine Reile. Komme wieder. Gut, nochmal gut gegangen. Dann sind wir da perfekt. Die Pandora Büxen sind auch alle wieder an Ordnungsstelle. Passt wieder geil, ja. Wir sind schon so ein paar gestorben in der letzten Schlacht. Aber, denken wir mal, die letzten drei Minuten werden wir Meltdivend jetzt nicht mehr sehen. Das heißt, wir haben die Mission dann, aber wenn alles gut läuft, ein bisschen schneller abgeschlossen als Tide vor. Das ist doch gerade eben schon passiert. Jetzt nehmt alles. Mit dem bösen Vorlieb. BAM BAM und. Also wenn ich den Zauberspruch hab, ein Problem ist halt natürlich, er vernichtet so gut wie alles. Aber er kostet halt 500 Mana. Und Kreaturen in euren Dankchen. Bleibt aber auch nicht ewig, oder? Ja. Ja, Lull. Es geht. Es geht. Die bleiben dauerhaft. Ist ja Hammer. Die bleiben dauerhaft. Die mit dem Zauberspruch 9. Also halt wahrscheinlich so lange wie das Ding. Da geht's einfach mal gegen die Gegner schicken. Da stehen immer noch ein paar Dämonen rum. Aber die haben keinen Zeitstempel. Die gehen nicht in. Bei denen läuft's Mana nicht ab. Ist das Ding. Schon bald werden meine Träume in Erfüllung gehen. Aber ich glaube, sie werden nicht wiedergeboren, oder? Also sie werden... Doch tatsächlich. Die landet auf dem Friedhof. Alter, wenn ich doch zufrieden. Das hier nochmal 8, 9 Monster Tide setzen. Das ist ja Hammer. Wie das neu? Wie hier ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Was wird das? Ja da code McCaufer. Das affiliate. Wie ist das? da landet einer auf dem friedhof und da landet einer auf dem friedhof also wenn ich das am anfang hier ich hätte den zauber als erstes erforscht das ritual war erfolgreich im körper von barthas vereinte sich die geballte kraft alles böse ein gewaltiger lichtblitz tauchte das land in gleißen der helligkeit und nahm kurz die sicht auf die steine des schicksals wo barthas schnell durch das absolute böse ersetzt wurde das absolute böse war wieder erwacht nichts würde es jetzt aufhalten können das böse hatte gesiegt nicht so schnell darauf habe ich gewartet endlich ist es soweit du was willst du denn um was geht es du kommst in der geschichte gar nicht mehr vor von wegen das ist mein großer auftritt ich habe das alles geplant den ersten fehltritt des absoluten bösen habe ich verursacht ich habe den helden damals die zauberformel für die verbannung gegeben was das warst du du elender verräter der bösen sache wie konntest du nur so gut sein ich bin ebenso böse ich habe geholfen das absolute böse wieder zusammen zusammenzusetzen du fragst dich sicher warum ja dahinter steckt ein hinterhältiger plan die steine des schicksals sind noch voller magie durch das ritual wenn ich das absolute böse hier bezwinge und vernichte werde ich seinen platz ein ich werde die bösen völker anführen und die allianz knechten ich werde auf dem eisernen thron sitzen eisiger thron nicht eiserner von mir aus auch eisiger thron wie auch immer ich werde das absolute böse anstelle des absoluten bösen sein okay das sieht jetzt nicht gut aus ich fürchte das wird eine epische schlacht werden darfst ja auf keinen fall sterben sonst ist alles verloren das wird der wichtigste kampf der ganzen geschichte es heißt entweder er oder du nur einer von euch beiden wird vergiss was ich gesagt habe der lächerliche prophet hatte offenbar gedacht dass er eine chance hätte gegen das absolute böse aber das war natürlich ein trugschluss den er mit einem vernichtenden treffer bezahlen musste ein formidabler sieg für das hirnlose heer und die horde und die dämonen natürlich freut euch nicht zu früh ihr habt noch nicht gewonnen der feuergott ist auf meiner seite neukönigsschlund werdet ihr niemals einnehmen die gibt es ja auch noch neukönigsschlund ernsthaft schnell schrittes machte sich das absolute böse auf nach neukönigsschlund dort ein für allemal die allianz zu besiegen es gibt noch mal eine mission ich habe gedacht das war es jetzt wenn man das absolute böse also man merkt ich habe das spiel auch schon eine weile nicht mehr gespielt haben wir gucken noch kurz rein aber heute kriege ich jetzt bestimmt nicht mehr hin weil es ist ja schon fast morgen also wir gucken noch kurz rein ins intro und dann machen wir die andere die andere die voraussichtlich letzte mission machen wir dann morgen das absolute böse war wieder vereint und eins geworden schnellen schrittes machte es sich auf nach neukönigsschlund um dort meld die sand und ihren elenden altare der wiederbelebung zu vernichten die finale schlacht stand bevor klar wenn ich mitgezählt hätte ja ich weiß es sind acht missionen und die achte kommt noch aber dann würde ich ganz ehrlich sagen die nacht einmal macht was raus ich gehe jetzt auf jeden fall erstmal pennen wir sehen uns in der nächsten folge wieder